Die Oswald Kaminbau AG ist an der Castellstraße 6 in Wetzikon zu finden. Seit 1971 fertigt und installiert das Unternehmen Produkte aus dem rostfreien Bereich. Unsere Stärken liegen im Rohrleitungs- und Kaminbau sowie in Sanierungsarbeiten. Auch Gefäße oder Säulen für verschiedenste Zwecke fertigen wir aus Chromstahl in eckiger oder runder Form. Dies ist unsere moderne Werkstatt, ausgestattet mit Montagebusen. Mit Hilfe unserer Abkantmaschine wird hier gerade eine Chromstahlabdeckung hergestellt. Bei der Herstellung eines Lüftungsrohrs kommt der Schweißautomat zum Einsatz. Wir produzieren nicht nur, wir installieren unsere Produkte auch. Hier können Sie gerade die fachmännische Montage eines unserer Produkte mitverfolgen. Eine fachliche und freundliche Beratung wird bei uns großgeschrieben. Diese erfolgt entweder bei Ihnen zu Hause oder hier in unserem Geschäft. Kontaktieren Sie uns. Gerne nehmen wir uns Zeit, Ihr Anliegen kennenzulernen und optimale Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017